Hallo, wie geht's denn so? Ich bin's, euer Lemmingwanzer und ich heiße euch heute alle wieder recht herzlichstens willkommen zu einer weiteren Folge Verwüstung Mordoros. Wir wollten uns heute ein bisschen auf Ork-Jagd begeben, weil ich habe gehört, dass zwei Uruks sich in unseren Landen aufhalten und das kann ich natürlich nicht als Oberkommandant einer Söldner-Armee so auf mir sitzen lassen. Oh, hier ist sie. Ich muss noch was wissen. So, ihr Säcke, wo sind eure Hauptmänner? Los, spuckt das aus, ihr Schweine! Oh, fuck. So, komm schon, spuckt's aus. Ja, komm. Ja. Der brennt wie ein Holzschein. Ich brauch nur einen. Ja. Sag mir, wo dein Anführer ist. Tu schon. Okay, aus dem bekommen wir nichts raus. Ja. Er war eben zu heftig. Eieiei. Aber dort... Aber wir können auch gar nicht die Geisteransicht nutzen. Scheiße! Oh, das hasse ich. Das hasse ich. Was zur Hölle? Scheiße! What the hell? Alter! Alter, ich habe mit dem Fikard voll in den Arsch gestochen. Ohoho. Alter Scheiße! Ist der mich überhaupt nicht... Karagore, echt jetzt? Alter, geil! Ey, ich liebe dieses Ding wirklich keinen Scheiß, Leute. Oha, wir haben ihn sogar gefunden. Dort vorne ist er es. Es scheint ein Wildert sogar zu sein. Ohioioi. Und der... Alter, der einen hat er gerade runtergekickt. Wie geil! Hallo! Servus! Na gut, hier bin ich! Ja. Dringen wir es jetzt endlich hinter uns! Ja, finde ich gut. Okay. Der Verstümmler. Du hast das letzte Mal verstümmelt. Oha, scheiße. Alter, das ist einer vom schlechter Stamm, wenn ich das richtig gesehen habe. Oha, einer für mich, da! Ja, kein Ding. Ja, kriegst du auch noch eins. Ja. Ja. Ey, ich finde die Kampfmoves wurden aber auf jeden Fall verbessert. Oh, kacke. Ah, ich liebe das. In your head. In your shit face. Verwirrung-Bomben. Okay. Ha, geil! Ja. Und... Der nächste. Oh, scheiße! Wuhu! Alter! Bring grad... Ja, ich bin rückgeratlos. Aber ich hab immer noch ein paar Bomben im Hinterkopf. Ja. Komm schon! Wenn du nicht mehr drauf hast, sind wir gleich fertig. Kopflos! Ich schneide dich in Stücke! Boom! Voll geil! Wie der Spear aus dem Wrestling, finde ich. Oha, scheiße! Mein ganzes Leben habe ich mich darauf vorbereitet. Oh, kacke! Äh, ja, gut. Finde ich gut. Ja, wenn du das gemacht hast. Nimm ich das mal dickfett als Kopf... Scheiße! Ich finde es immer so geil beim schlechter Stamm. Die bringen ja meistens auch noch ihre eigenen Leute um, gell? Habe ich einem hier die Rübe abgehauen? Was zur Hölle? Was denn das? Was denn das? Zeig mir deine Eingeweide! Oh, scheiße! Oh, oh! Haha! Hallo! Hey, Leute! Was zur Hölle? Alter, der hat sich gerade totgeworfen. Was ist das hier eigentlich? Geil! Geil! Komm schon! Tag, der Löwen! Jawohl! Attacke, Männer! Oh, scheiße! Oh, au, aua! Oh, der hat mir gerade die Fresse eingeschlagen. Boah! Ich brauche jetzt dickfett... Äh... Bisschen Heilung, Freunde. Sehr gut! Ah, cool! Ich habe einen neuen Heiltreib. Geil! Alter, wie viele kommen hier eigentlich? Ich frage mich eigentlich, ob meine Leute auch sterben können. Ähm, was ich auch noch sagen wollte, Leute, ist... Das hier ist kein... Eigentlich kein richtiges... Äh... Na, wie soll ich sagen? Nicht so... Nicht so wie die anderen, wo du immer wieder auferstehst, sondern es geht hier sogar um Highscores. Das heißt, wir fangen eigentlich wieder von Neuem an. Das habe ich... Äh... Also, ich denke mir, dass wir immer wieder von Neuem anfangen. Wenn ich einmal wirklich verrecke, was zum Geier... Hier ist ja einer tot. Ja! Oben aus den Latschen gefeuert. Alter Schwede. Oh, Alter, hier... Wir sind hier richtig gerade im Kampfmodus. Ja! Komm, komm schon! Ey, cool, so ein Schlag, den muss ich mir merken. Der betäubt meine Gegner. Au! Ja, und das tut mich auch betäubend. Oh, scheiße! Das ist voll hochgesprungen. Oh, oh, das ist gut. Oh, Alter, Junge, gegen die hier zu kämpfen, ist einfach sowas von übel. Gegen diese Wilden. Ja! Es sei denn, man ist natürlich so gut wie ich. Alter Schwede. Oh, fuck! Scheiße! Und bisher habe ich auch keinen meiner Gegner richtig gekillt. Ich habe jetzt bisher... Oh, scheiße! Oh, Leute! Das war knapp, hey! Und ich glaube, dass Tare wahrscheinlich diesen Kampf hier nicht überleben wird. Wir müssen jetzt uns... Ah, Mist! Wir haben ihn fast! Oh, kack, jetzt ist er zöhnt. Jawohl! Der Anna hier, der killt sie alle, gell? Wahnsinn! Boah, scheiße, jetzt kommen die Monster natürlich hier. Ja, das denke ich mir, dass sie mich hier umbringen wollen. Stirbt, Karago! Ja! Huah! Ja! Kämpf bis zum Veteranende! Wie viel Karago haben die hier eigentlich? Boah, hier! Dieser Kampf hat... Jetzt, jetzt hat sich da... Da hat sich die längste Zeit was bewegt. Pflegt ihr feigen Maden! Was zum Geier, da erlebt ja noch einer. Jetzt nicht mehr. Gut gemacht, Tare! Aber wir müssen uns jetzt hier umgucken. Wir sind hier auf Ork-Jagd. Ach, das sind Pfeile, die ich bekomme. Warte mal. Ah, okay. Ich muss schon mal kurz einen Munitionswechsel machen. Gehen wir mal hier dem nach, was wir hier finden. Es scheint... Obwohl ja keiner... Es scheint einer vom schlechten Stamm... Die Frauen sind stärker, als sie aussehen. Ja. Pushkrimpt der Stratege. Das sieht nach einem... Äh... Einer vom schlechten Stamm wegen den Beilen hier aus. In seinem verdammten Bauch. Ja! Oh, scheiße. Alter Vater. Wie geil! Einfach mal das Vieh. Ey, ich finde das mit diesem Schild, finde ich so geil. Das ist eine Sache, die ich so ein bisschen schade finde, dass man... Äh, die nicht bei Italien oder Eltariel hatte. So einen richtigen Schild, mit dem man auch gut blocken konnte. Oh, kacke. Hör, was zum... Ja, der fackelt wieder die Leute ab. Ja. Voll eine ab. Oh, ab ihn erwischt. Sorry, Mann. Das war nicht mit Absicht. Und in den Arsch. Jetzt kriegt er das viel in einen Lauf bis zum Gid nicht mehr. Ah, geil. Das ist natürlich die beste Attacke, die es gibt. Ja. Finde ich das... Das habe ich... Habe ich wieder ver... Ach, du Scheiße hier. Das ganze Lager weiß, dass wir hier sind. Servus. Das geht. Ja. Alter, das ist gut zum Abhauen, gell? Ich kann nicht schon dem helfen. Gar nicht. Ich bin verwundet. Du packst doch mal. Schlitz ihn aus. Töten. Töte dich. Ich suche einen Heiler. Lieb das. Scheiße, wir haben keinen Heiler. Voll geil. Trinkrock habe ich ausgelöhrt hier. Oh, Scheiße. Ich glaube, Tare wird draufgehen. Ich weiß nicht, wie ich ihn retten kann. Ich bin verwundet. Das ist das einfach. Scheiße. Faktar. Der Löwe ist drauf. Scheiße. Er war ein guter Mann, aber jetzt brauchen wir einen neuen. Scheiße. Kacke. Ja. Stimmt, wir haben ja auch kein Heiler, weil man hat ja mehrere, eigentlich sogar. Oh, cool. Ich habe sogar was bekommen. Was ist das? Endgeschwindigkeit, okay? Scheiße. Komm schon, Mist. Das Blut wird fließen. Alter, verdammt nochmal. Und ich hau ihm die rüber ab. Ja, Mann, ich lasse gerne Köpfe rollen, Alter. Für meinen Kumpel Tare. Den Löwen, den ihr gekillt habt, ihr Schweine. Schlechter von vielen Orks. Geiler Move, ey. Okay, gut. Und, äh. Und, äh.